Sachte, ruhig! Willkommen zurück bei Sisson's Creed. Oh, mein Lieben. Hallo! Willst du jetzt hierbleiben? Oh, na toll. Mann, Mann, Mann. Er wäre nicht gestorben, wenn er nicht weggerankt wäre. Na gut. Alter nochmals, Ganze. Falsch gepasst! Wir haben einen Einbringling! Falsch! Er versucht uns nicht! Rink! Jetzt kann ich ihn erwischen! Bleibst du jetzt hier? Was war's für dich? Warte, die Liedungsschädler! Oh, was denn? Brauchst du so eine Mieten, die du nicht mehr hast? Recht ihm das Genick! Ich kann ihn erwischen! Geh' dich raus! Geh' dich raus! Halt deine Reihen auf dem Boden! Du reißt mich! Das ist der letzte Kampf, seit dir war's! Meine Güte, komm! Mann! Tschuldigung! Ey! Das kann doch nicht sein! Wieso... Ich muss mir irgendwie was anderes einfallen lassen, so wird das nichts! Ich geh' immer außen rum! Ich geh' immer außen rum! Ich geh' immer soweit! Und werd' mir da vorne erstmal, bei dem netten Herrn. das beste angebot in london so vielen dank sie verwechseln ihre verbrecher mr raffles der mann für den sie arbeiten ist der wadeverbrecher na also es geht doch mach keinen mist so hat er vorbeigeschlichen na also jetzt haben wir jetzt haben wir mein wohlriechender raffles wie überaus schön dich wiederzusehen ach fahrt zur hölle und jetzt ab mit ihr nach hinten wer ist dieser louis der für dich arbeitet ein seltsamer vogel oder kam vor ein paar jahren zu mir ist immer sehr ernst aber auch immer sehr höflich und er hat noch viele andere talenten nicht so schnell nach wem suche ich chester swineborn und ein spitzel bei nah wenn wir ihn entfernen können kappen wir star x verbindung zur polizei muss gut sein in dem was er tut wenn diese scherade schon so lange läuft das ist wirklich mein freund ich weiß immer noch nicht ob wir das richtige tun so ist recht so ist recht ganz ruhig bei so vielen bobbies kriege ich eine gänsehaut willkommen bei skaten behalte ich im augen so so Gießt du jetzt? Hallo? Herr, kann ich Ihnen helfen? Ja, jetzt komme ich... Ich habe ihn! Ich habe ihn! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Gar nicht laufen wir weg! Mann! Der arme Kerl! Das ist mein Schuss! Das ist mein Schuss! Das ist mein Schuss! Oh, das wird dir leid tun! Das ist mein Schuss! Aber wie man das machen soll, ohne da irgendeinen zu töten, das... Äh... Ja... Was soll das denn jetzt? Oh, nein! Das kann doch gar nicht sein! Wir haben ihn doch abgeliefert! Hallo! Das ist mein Schuss! Also... Was ist denn los hier? Das gibt's doch gar nicht! Boah, das dürfen wir denn nicht bewusstlos hauen! Das wäre ja noch schöner! Mal schauen! Ich gehe zu. Ich weiß, was das alles ist. Das ist kein Scheiß. Der ist auch weg. So. Machen wir es eben so. 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 Jetzt reicht's. Glaubst du, dass du damit durchkommst? Boah, jetzt bleib mal hier! Glaubst du, dass du damit durchkommst? Das gibt's doch gar nicht! Mann! Nochmal! So blöden Polizisten! Na gut, versuchen wir's nochmal und hoffen einfach, dass das diesmal funktioniert. Ich werde dir beide Beine brechen. Toll, jetzt ist sie doch noch weg. Also... Was ist denn das für ein Mist hier? Vor allem sobald der einmal wegläuft, hat man ja schon verloren. Denn wenn man ihn niederschlägt, konnte man ihn ja, wie wir beim ersten Mal gesehen haben, nicht mehr in der Kutsche abliefern, weil es nicht zählt. Ich bin bereit. 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 Nein, du wach nun! Ja! Kann ich Ihnen helfen? So Jetzt müsste es gehen So Jetzt müssen wir eigentlich einfach durchgehen können Wir haben ja alle Boah, das war knapp Von der Karte her So, und wie, das geht jetzt wieder nicht So, okay, die müssen Das waren alle gut Wir durften also kein Bus durchschlagen Damit wir ihn einfach abliefern können Na gut Gut, dann bringen wir die alle noch weg Und dann Mach langsam Tolle Arbeit Besuch mich wieder im Alhambra Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto Und tschüss Ja, wie man da keinen töten soll Keine Ahnung Na gut, Freunde, würde ich mal sagen, das soll es gewesen sein für heute Bitte ich da erstmal, bis dann Alles, was Sie auf Londons Straßen brauchen Und Gleich hier Bis zum Nächsten Mal Danke für den Umsatz Ciao Tulp funnel Hallo knows жив еш